Hi Leute, das ist Sano hier. Helldivers 2 ist ein Game, was mich so nebenher immer schön bei Laune hält. Ich konnte es tatsächlich, ich habe ein Auge drauf geworfen gehabt, aber ich konnte es für mich persönlich nicht anfangen, weil Helldivers 2 zum gleichen Zeitpunkt gestartet ist wie die Season 3 in Division. Und die hatte für mich ein bisschen Vorrang, habe es aber nebenbei trotzdem geschafft, ein bisschen was in Helldivers zu machen. Und das Game ist einfach ein Koop-Monster, macht richtig, richtig Bock. Wer das nicht kennt, der sollte sich den nächsten, der sollte sich einen Kaffee holen, ein bisschen Popcorn und euch die Mission angucken, die ich da habe. Weil, wie in allen anderen Spielen auch, es ist was anderes, wenn man mit Leuten zusammenspielt, mit denen man im Voice ist, die man kennt und so. Das hat eine andere Dynamik, dass es so sollte gespielt werden. Aber es gibt auch Leute, die da keinen Bock davon haben oder die hin und wieder mal mit Randoms unterwegs sind. Bei Helldivers ist das mit den Randoms nochmal extrem ausgeprägt. Und ja, manchmal läuft es dort richtig, richtig gut. Ich habe mich gefühlt, wirklich als wenn ich mit drei anderen Geisteskranken wirklich auf dem Planeten runtergeballert wurde und mir perfekt harmoniert habe. Das war von Anfang, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, aber dann war es, kann man beschreiben, das hat mega Bock gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr das nicht kennt, holt es euch für schmalen Thaler, ist ein richtig geiles Koop-Game. Und ja, ansonsten lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gemetzel hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gemetzel hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gemetzel hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gemetzel hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh 1 Das war's für heute. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Oh, come on, I don't know. I'll take it. Got a sample. Target bomb. Dropping a pin. I'll take it. I'll take it. 100 meters. Get an eagle. Attacking location. Marking location. I'll take it. I'm on the terminal. Bugs, southwest. Drawing supply. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Die Mission map updated. Requesting air support. Throwing grenade. Reader sample acquired. Requesting air support. Reader sample acquired. Entenable breach. Requesting air support. Reader sample acquired. Sending in an eagle. Calling in reinforcement. Joining the prey. Sending in an eagle. Sending in an eagle. Tlanet. Lies. Lies. Bars, 50 m, South West. Revy, South West, close. 950! Dropping a pin, South, 50 m. The samples are great, got a sample. Tagging map, South, 300 meters. Dropping a pin, South-East, far. The, South, 50 m. Das ist eine Demokratie! Das ist ein Problem. Okay. FREEDOM! We'll be right back! Heavy! West! Close! Calling an orbital strike! Hello! Tagging location! Marking location. Cancel that. Mission at 30 minutes remaining. Marking location. Sample collected! Bugs! South-East! Max empty! Standing at an angle! Reloading! Shower! Rocking location! Arrgh! Oh my... Sample collected! Ich bin ein, Eagle. Attack underway. Bug outpost spotted. Take him low to democracy. Flies. Dropping a pit. Southwest. 300 meters. Rear sample acquired. Affirmative. Tagging map. Southwest. 300 meters. Rear sample acquired. Bug. West. Calling in an eagle. Requesting air support. Hemming in an eagle. Bug tunnel free. Get down. Requesting air support. Requesting orbital strike. Calling in orbital strike. Reenforcing. Was ist das? 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 Weiss! es ist das? Dägging map, north, 200 meter. 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 Dägging map, sprinting map, north, 200 meter. Untertitelung im Auftrag des ZDF-3 Supplies I'll take it Mission at 10 minutes remaining Extraction is available Supplies South I'll take it Supplies Culling in Extraction Extraction Enemy patrol South Rear sample required Engaging I'll take it Hit Standing in an eagle Attack on the way Freedom forever Lifted Standing in an eagle Calibri I thought I would fight for that K 13 48 40 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 Nach Reload! Westen, hier! Nach 50! Nach 50! ETA, T-minus, 2-minus, 30-seconds. New mag! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Pelican 1, landing in progress. Pelican 1, preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Extraction complete. Pelican 1, beginning a set. Miss Eagle 1, we're back in business. Victory was never in town. 2, 1, 1, back in. . 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020